meine recht herzlich willkommen zusammen zu einer mod vorstellung besser platzierbare verkaufspreise heißt die ja der name ist ein bisschen verwunderlich aber worum geht es in dieser mod ja ist ein skript mod und liefert euch bessere verkaufskonditionen von gebauten gebäuden das heißt wenn ihr quasi über den shop gebäude baut egal welches beispielsweise dieses hier gebaut es hier hin und irgendwann sagte hey ich reiße es wieder ab bekommt ihr innerhalb von dem ersten monat also wenn das gebäude noch kein monat alt ist 100 prozent eurer baukosten zurück erstattet und das ganze gilt für jedes gebäude das kann man jetzt hier nicht platzieren da kriegt man hier irgendwie hin möchte ich nicht anpassen 85.000 kaufen kriegt man genau wieder diese 85.000 zurück ja und wenn ihr jetzt hier ein gebäude stehen habt und es wird dann irgendwann älter in die zeit auch mal ein bisschen vorspulen dann ist es so dass sich der preis was hier quasi dafür zurück bekommt langsam reduziert also nach einem monat bekommt er nur noch 80 prozent und danach geht es dann runter bis auf die 50 prozent die er quasi aus dem basisspiel kennt landschaftsbaukosten ja die man logischerweise nicht erstattet ist ja auch nicht möglich wie soll das ganze funktionieren da gibt er keine zurück tasche oder so das ganze kommt von kurator farms grüße gehen raus ist verfügbar für pc und mac und link dazu packe ich euch einmal unten in die video beschreibung rein log ist soweit fehlerfrei macht mir hier mal wieder die sichtbarkeit an und ich würde sagen wir gehen mal kurz eine runde schlafen dass wir das auch direkt am nächsten tag sehen können dass wir da tatsächlich dann nur noch 80 prozent bekommen aber einen kurzen moment generell finde ich das ist sehr sehr gute und nützliche mod warum ja ganz einfach weil man verbaut sich doch schon gerne mal dass man gebäude setzt und während des setzens jahren ist es plötzlich irgendwie der luft man kann irgendwie drum herum boten nicht richtig anpassen wenn man möchte das passt doch von der orientierung her nicht und so hat man zumindest am anfang direkt die möglichkeit das ganze dann wieder zu verkaufen innerhalb des ersten monats ohne dass man als irgendwie wert verloren hat wenn man es dann aber wirklich länger stehen hat und auch genutzt hat dann nutzt sich quasi auch ab und man kriegt nicht mehr einen vollen preis er hier seht jetzt sind wir bei 35.077 euro aber verkaufen und so geht es quasi weiter das war es auch schon mit der vorstellung ich hoffe es hat euch gefallen vielen dank fürs zuschauen gerne daumen hoch verlassen und dann bis zum nächsten mal